Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reis of the Tomb Raider. Ich muss jetzt wahrscheinlich durch die Tür da. Oh nein, Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sicher. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, haben sie gefunden! Tauchen, tauchen, tauchen. Wow. Mann, ist der schwer. Oh, Atemgerät. Danke. Das ist schon nützlich. Woh! Okay. Das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Und? Ja, sie fällt immer noch nicht. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja. Ein bisschen Sachen muss ich hier auch einreißen, ne? Und hier müssen ja eigentlich noch Sachen liegen. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Ja, ich suche... Ich suche erstmal die Gegend. Das muss ja auch mal sein, ne? Weil es sind... Es sind hier immer noch... Es ist hier immer noch eine Truhe da. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Ja, ich suche erstmal die Gegend. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Mhm. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Oh, hier ist irgendwas versteckt. Das ist ein Überlebensversteck. Ach, hier ist ein Lager. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. So, ein bisschen mehr Munition kann ja nicht schaden. Ja, aber das suche ich ja gerade nicht. Oh, fuck, die könnten überall sein. Wir sind dem Rennen mit denen gefangen. Ah! Sie sind im Wasser. Sie sind hier! Und da ich jetzt von Enti tauchen kann? Hier wird nicht Alarm geschlagen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ja, 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 ja. Das suche ich aber zum Teil nicht, weil ich auch noch andere Sachen finden will. Schwefel. Hier müssen Sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Äh, ja. Einmal nach oben. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Da drin sind noch mehr Gefäße. Ich kann sie bestimmt herausziehen. Ich glaube, ich sehe dein Überlebensversteck. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Muss schwierig gewesen sein, so viele unbeständige Komponenten zu mischen. Aber ich suche hier noch nach Dokumenten zum Beispiel. Oder nach Wandgemälden. Ich habe bis jetzt nur noch zwei Sachen gefunden. Ein Dokument an ein Wandgemälde. zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ah, zum Beispiel hier. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Ja. Oh, Geld. Will ich hier rauf? Ist das ein Hebel? Nö. Wie machen wir das denn jetzt? Hm. Hier stehen Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss sie nur näher an die Statue bewegen. Wie kommt man denn dahin? Ich hab da ein Dokument gesehen. Ich hab's gesehen. Hier komm ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Nööööööööö. Hm. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ich suche gerade einen Weg zu diesem Dokument. Ich suche gerade einen Weg zu diesem Dokument. Ich suche gerade einen Weg zu diesem Dokument. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Noch mehr Geld. Ah, ist schon wieder was erhältlich? Ähm, ja. Ja. Telefonklingel Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Als ob ich die Falle nicht sehe. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Das Feldzeichen der Armee des Propheten wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnträger getragen. Okay. 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 Ach, hier kann man auch rüber. Die Frage ist, wie? Hier stehen Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss sie nur näher an die Statue bewegen. Kann man das nicht kaputt machen? Nö. Hier stehen Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss sie nur näher an die Statue bewegen. Da ist noch Geld. Könnte ich da rauf? Das hat ja wohl nicht gut funktioniert. Wir kommen mich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Das sollte den Weg etwas freimachen. Oh ja. Hallo, Mr. Fass. Jetzt komm her. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Ah ja. Jetzt weiß ich, woher das eine gut ist. Und schön umgelenkt. Komm näher an's. Und die nächste Stütze ist weg. Hä? Nur noch ein Pfeiler übrig. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. So. Überall. Feuer funken. So. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Was ist das denn hier? Wo geht's denn hier hin? Dylan. Dylan. Scheiße. Moss. Dylan hat's erwischt. Was? Auf keinen Fall. Er ist... Er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind... Ach, da. Über uns. Da oben. Kontakt. Ja. Ja. Weil ich hier eins gut kann, sind das Kopf zu verteilen. Oho. Hier ist eine Truhe. Wo denn? Oh, ich glaube, das wird wieder ein kleiner Parcours. Als ob ich das nicht gesehen hab. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Mehr Gefäß. Mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Ja, erstmal muss ich gucken, wie man das da hinkriegt. Aha. Und erstmal will ich das zum Dokument, was hier liegt. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Vater des Propheten entsandt. Und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich. Aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen. Nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben. Und Trinities Arbeit ist getan. Die Frage ist, wie transportiere ich? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Oh. Mal sehen, wenn diese Markierung auf den Nordstern deutet und diese auf die Gipfel... Genau! Da sind Münzverstecke. Das ist ja nicht das Einzige, was mir noch fehlt. Mir fehlt noch eine Truhe. Ist die hier irgendwo? Nee. Also die Sachen zu finden, hier wird noch ein lustiges Unterfangen. Was mir nämlich auch noch fehlt, sind die zwei Wandgemälde. Was macht das? Hm. Allerdings, das werde ich, glaube ich, erst im nächsten Pakt herausfahren. Herausfahren? Ausfinden. Denn ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.